Hallo Leute, willkommen auf dem Mototracks Kanal, zum neuen Video, ja, heute, das Wetter nicht ganz so prickelt, also es gibt heute kein Fahrvideo, heute werde ich euch mal ein bisschen was über die Reifen erzählen, die ich auf dem letzten Kroatien Trip gefahren habe, weil ich bin eigentlich recht zufrieden damit. Ja, wie gesagt, also heute werde ich euch mal ein bisschen was über die Midas E09 erzählen und warum es halt dazu kam, dass ich halt den auf dem Kroatien Trip gefahren bin. Also ursprünglich war ich unterwegs auf einem TKC 80 von Continental, werden viele von euch wahrscheinlich auch kennen und auch wahrscheinlich sagen, das ist ein guter Reifen für jetzt im Gelände zu fahren. Also es ist kein schlechter Reifen für im Gelände, so viel schon mal vorne weg. Okay, das einzigste, warum ich ihn halt dann in Kroatien nicht gefahren bin, ist halt, erstens, das ist halt ein grobstolliger Reifen und der TKC 80 ist halt nun mal ein Reifen, der beim Nassen auf Straße gar nicht geht. Also wirklich gar nicht. Und das zweite Problem, was halt der TKC 80 hat, der hält halt nicht lange, ne. Also hier, der hat jetzt noch 4mm Restprofil und den habe ich 2000km gefahren. Also das wäre für da unten, wir sind halt insgesamt 2400 irgendwas Kilometer gefahren, wäre das schon eine ziemlich knappe Kiste geworden. Und ja, da kam dann halt die Frage auf, was macht man halt da drauf, ne, für so einen Trip. Die Entscheidung ist dann halt auf den Mieters gefallen, weil es ist halt auch ein grobstolliger Reifen, also eigentlich optimal für im Gelände. Man hätte dann zum Beispiel auch noch den Heidener Scout fahren können, den der Maik zum Beispiel gefahren ist auf dem Trip. Das war auch nicht schlecht, nur halt mir war das halt nicht genug Negativanteil im Profil. Weil ich wollte halt schon was haben, wo ich mich dann halt auf Schotter oder halt auch nassen Untergründen, die halt nicht asphaltiert sind, halt auch wohlfühle. Und da kam dann eigentlich nur noch ein grobstolliger Reifen in Frage und da es halt für die Dominator kaum was gibt, weil sie dummerweise ja Reifenfreigaben brauchen. Ja, auf jeden Fall, es gab halt nicht wirklich was, was ich hätte drauf machen können, legal. Das wäre dann halt der Heidener Scout gewesen, der TKC 80 hatten eine Freigabe und halt der Mieters E09 und der E07 von Mieters glaube ich auch. Aber der hatte dann wiederum nicht genug Negativprofil, das ist halt auch eher schon so ein Straßenorientiertes Profil. Und daher habe ich mich halt dann irgendwann für den E09 entschieden. Es ist ein Reifen, der funktioniert auf der Straße sehr gut, also da sind richtig Schräglagen drin. Ich kann euch ja gleich mal so oben mal so ein, zwei Videos einblenden von halt, wo wir da unten gefahren sind. Also es ist schon enorm, was das Ding auf der Straße kann, solange es trocken ist. Wenn es nass ist, ist er wie halt jeder grobstollige Reifen mit Vorsicht zu genießen. Er ist also umweltenbesser wie der TKC 80, das kann ich schon mal vorneweg sagen, also beim Nassen auf der Straße. Und beim Trockenen eigentlich auch, also der kann auf der Straße schon richtig was, kann man eigentlich gar nicht anders sagen. Da bin ich also sehr zufrieden mit. Das zweite, was mich halt positiv beeindruckt hat bei dem Reifen, ist die Haltbarkeit. Also ausgeliefert wird er mit 12 Millimeter hinten und 8 Millimeter vorne. Und wir sind da unten zweieinhalbtausend Kilometer gefahren, also so roundabout. Davon waren 40 Prozent Schotter, würde ich jetzt mal so sagen. Also er hat immer noch 6 Millimeter hinten und wir sind ja dann, also das war letztes Jahr im Mai. Und ich bin dann nach dem Trip nochmal so knapp 2000 Kilometer gefahren. Also er hat jetzt 5.500 Kilometer runter. Und dafür ist das schon, also für einen grobstölligen Reifen finde ich das schon ziemlich enorm. Er hat jetzt, wie gesagt, also 5.500 Kilometer runter und sind noch immerhin 6 Millimeter Profil drauf. Also da kann man selbst im Gelände noch mitfahren, das ist kein Problem. Und ja, im Gelände macht der Reifen eigentlich auch eine sehr gute Figur, solange es nicht nass ist. Also wobei, wie gesagt, wir hatten da unten auch stellenweise nasser Schotter und halt auch nasse Waldpisten jetzt, also mit relativ losem Untergrund. Das ist noch fahrbar. Man muss halt dann, wo wir dann zum nächsten Punkt kommen, man muss halt einfach dann mit wesentlich weniger Luftdruck fahren. Also der Reifen ist ja angegeben auf der Honda jetzt zum Beispiel mit dem Standard-Luftdruck, den halt auch jeder Reifen auf der Honda fährt, mit 1,6 hinten und 1,5 vorn. Und das fährt sich auf der Straße sehr gut. Also kann man nicht anders sagen. Die Geräuschentwicklung ist bei 1,6 Bar halt, ich sag mal, für einen grobstölligen Reifen jetzt normal. Wenn man ins Gelände fährt, also ich bin relativ viel auf jetzt losem Schotter halt auch mit dem normalen Reifendruck gefahren. Also ich habe nicht viel am Reifendruck herum experimentiert. Wir sind dann später, wie es dann ein bisschen nasser geworden ist, also gerade in Slowenien war es ja ziemlich nass teilweise. Der Maik ist auf dem Scout relativ wenig Luft gefahren im Gelände, weil es ist halt, der Scout ist halt ein straßenorientierter Reifen. Ja, fährt sich halt mit wesentlich weniger Luftdruck dann halt im Gelände schon ein bisschen besser, weil er halt eine wesentlich höhere Selbstreinigung hat auch. Und ich habe dadurch, dass es halt ein grobstölliger Reifen ist, am Luftdruck eigentlich gar nicht so viel gemacht. Ich bin halt dann auch im Gelände mal mit hinten 0,8 teilweise gefahren. Vorne bin ich eigentlich nie unter 1 Bar gegangen, weil je nachdem, wenn du halt einen richtigen Stein drippst und das einen Durchschläger gibt, dann ist halt auch gleich der Schlauchblatt, beziehungsweise die Felge. Und daher war ich da schon ein bisschen vorsichtig. Und ich muss sagen, also wenn man dann aus dem Gelände wieder rauskommt auf eine asphaltierte Straße, wir haben dann halt nicht unbedingt immer gleich den Luftdruck wieder hochgeschraubt, sondern wir sind dann halt auch teilweise auf den kurzen Asphaltstücken mit relativ wenig Luftdruck gefahren. Und ja, also wenn man mit 0,8 Bar auf der Straße rumfährt, dann macht auch dieser Reifen richtig Krach. Kann man nicht anders sagen. Ja, also was es noch zu sagen gibt, ist halt, es ist ein reiner Schlauchreifen, also man kann den nicht schlauchlos fahren. Wobei ich also im Gelände sowieso eigentlich davon abrate, schlauchlose Reifen zu fahren. Weil wenn man halt auch gerade niedrige Luftdrücke fährt und man sich das Ding halt mal irgendwie von der Felge haut, was halt relativ schnell gehen kann, wenn man mal irgendwo dumm auf den Stein fährt, dann hat man bei einem schlauchlosen Reifen kaum noch eine Chance, den irgendwie wieder auf die Felge zu kriegen. Weil man braucht halt viel Luft dafür und es gibt halt keinen Kompressor her. Ja, dann ist es noch, also der Reifen hat eine MS-Kennung, dass man halt auch auf größeren Maschinen den Reifen ohne weiteres fahren kann. Weil er hat ja dummerweise dann eine Grinchkeitsbegrenzung, also zugelassen ist der Reifen bis 160 kmh. Oder 100, ja ich glaube 160. Aber das seht ihr ja dann auf der Herstellerseite. Also ich verlinke euch die auch mal unten in der Beschreibung bei Amazon und dann könnt ihr ja mal gucken. Also ich glaube 160. Wie gesagt, bei den größeren Maschinen ist es halt immer das Problem, dass wenn man halt über diesen Geschwindigkeitsindex drüber ist, darf man den Reifen ja eigentlich nicht fahren. Es sei denn, es ist halt Winterreifen, also mit MS-Kennung. Dann macht man sich halt einfach von den Aufkleber rein und dann ist halt gut, dann darf man fahren. Ja, also mein Fazit zum MEDAS E09 ist ein wunderbarer Allround-Reifen. Lässt sich auf der Straße richtig gut fahren, solange es trocken ist. Und im Gelände kann man das eigentlich auch behaupten. Und ja, hält auf jeden Fall relativ lange. Das muss ich immer wieder betonen, was mich wirklich gewundert hat beim grobstolligen Reiten. Also wenn ihr längere Trips plant und vorwiegend auf Schotter und unbefestigten Straßen unterwegs sein wollt, ist das halt auf jeden Fall die richtige Wahl. Oder ihr entschautet euch halt für den Heidenau-Scout, das ist auch ein sehr guter Reifen, weil wie gesagt, also mir ist das eigentlich zu wenig Negativprofil, für jetzt im Gelände rumzufahren. Auf der Straße ist es ein richtig geiler Reifen, aber für ein Gelände ist es nicht meine erste Wahl. Da stehe ich halt eher auf sowas. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Weil es werden dann in nächster Zeit öfters mal so Erfahrungsberichte kommen. Also ich mache jetzt nicht nur noch Reisevideos oder so. Wir werden hier ein bisschen was noch testen. Und ja, es werden dann halt auch vielleicht mal so Sachen kommen, wie halt, wie man Reifen aufzieht oder so Geschichten. Also ein paar Tutorials werden wir auch noch machen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ja, abonniert meinen Kanal.